Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video und damit auch einen wunderschönen Sonntagmorgen in die Runde. Ja, Bitcoin weiter bei 24.500 US-Dollar, wenig Bewegung. Ihr seht, ich habe hier schon so eine Kleinigkeit eingezeichnet. Werden wir uns gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer anschauen. Außerdem steht ein Weekly Close parat. Den werden wir uns angucken, was ist wichtig, wo sollten wir schließen, um weiterhin bullish zu sein. Und wir blicken natürlich wie immer noch auf Ethereum. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen, wenn ihr Bock habt auf Signale, die natürlich nicht nachmachen müsst. Keine finanzielle Anlageberatung oder sonstiges. Dann kommt da gerne rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte. Und kommt gerne in oder abonniert gerne auch nochmal einen Zweitkanal, wo dann ab nächster Woche die aktuellen Stream-Highlights hochgeladen werden. Gut, und damit würde ich auch sagen, fangen wir direkt an. Wie gesagt, momentan bei 24.500 US-Dollar, wenig Bewegung, ziemlich viel Seitwärtsbewegung. Wir haben hier so eine Art Symmetrical Triangle gebildet, was wir momentan oder die letzten Wochen immer wieder im Laufe des Wochenendes bilden. Ihr seht schon, ich bin ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen dafür, dass wir nochmal ein bisschen runtergehen. Ich lasse es auch erstmal nochmal so in Richtung Golden Pocket, wobei es für mich, umso länger wir hier oben konsolidieren, immer, immer unwahrscheinlicher wird. Deswegen auch hier gilt momentan noch keine wirkliche, sag ich jetzt einfach mal, keine Limit-Orders zu setzen. Ich warte hier noch, dass wir zumindest hier unten diesen Wig möglicherweise nochmal füllen können, weil ihr seht, hier ist eine Menge Volumen reingekommen bei den 24k. Das ist jetzt für mich, sag ich mal, das Primärszenario, zumindest kurzfristig, dass wir uns hier unten nochmal diese 24.058 US-Dollar nochmal holen. Ein kurzes Fake-Out auch aus der Psy-Range, die sich hier, die brauche ich jetzt nicht anmachen, das sieht man immer in diesem kleinen Rahmen hier zwischen 24.000, sag ich mal hier, 500 und 24.800 US-Dollar liegt. Das ist die Psy-Range momentan, also sehr, sehr eng, die brauchen wir uns jetzt wie gesagt nicht wirklich einzeichnen. Trotzdem so ein kleines Fake-Out, einfach nochmal hier runter in die 24k-Region, um dann, sag ich mal, einen neuen Anlauf vielleicht in die 25k-Region, hier oben die 25.2, wo wir unser Top gebildet haben, zumindest vorübergehendes Top. Und sollte das brechen, gehe ich weiterhin von 26.000 bis 26.600 US-Dollar erst einmal aus. Gut, dann gehen wir auf den Binance-Chart rüber und gucken uns mal an, was so ein bullischer Weekly-Close für uns wäre. Blicken wir mal ganz kurz rüber. Momentan sieht es ja alles ganz gut aus, sehr, sehr guter Weekly-Close, wie wir hier sehen. Wir haben hier ein bisschen im Stream ein bisschen rumgespielt. So, das machen wir mal ganz kurz weg. So, perfekt. Also, für mich persönlich wäre es einfach wichtig, dass wir mindestens über die 23.756 US-Dollar schließen. Das war hier dieses letzte Top, wenn wir da drüber schließen, bin ich schon mal zufrieden. Viel, viel besser wäre es jedoch, wenn wir die 24.310, also dieser letzte Wig, den wir hier drüber hatten, nochmal, sag ich mal, wirklich überbieten. Das heißt, wir brauchen mindestens, um extrem bullisch zu sein und echt eine gute Chance zu haben, dass wir hier in Richtung 30k gehen, ein Weekly-Close von 24.300 US-Dollar. Weil ansonsten könnte es, klar, wir hätten dann trotzdem höheren Close, wenn wir bei 23.750 schließen. Aber könnte dann auch sein, dass wir uns einfach nur die Liquidität, die hier drüber gelegen hat und es passt halt perfekt. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass wir hier oben die Ineffizienz hatten, die halt perfekt abgefischt wurde. Und, also das sind die zwei wichtigen Parameter, die wir jetzt momentan haben. Bullisch, 24.300 US-Dollar oder extrem bullisch momentan. Weekly-RSI brauchen wir auch nicht beachten. Vom Volumen her, klar, wir haben so ein bisschen langsam Volumen abnehmend aus dem Markt. Das ist trotzdem immer noch höher, als wir im letzten Bullenmarkt hatten. Und ja, ich sage jetzt mal, nicht so starker Weekly-Close würde dann bedeuten, dass wir hier zumindest die 23.750 US-Dollar knacken. Also darauf wird es ankommen, das sind die zwei wichtigen Parameter. 24.300 und ich gehe von 30K sehr, sehr wahrscheinlich aus oder hier oben die Ineffizienz auf dem Weekly-Timeframe 28K bis ungefähr 32K, wo wir ja schon immer wieder drüber gesprochen haben, dass das so unsere große Range ist hier oben zwischen 28 und 32. Irgendwo hier oben, dann wir uns erst einmal austoppen, bevor dann möglicherweise die erste 30% Korrektur naht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder rüber in den normalen Timeframe, schauen uns einfach mal auf den 4-Stunden-Chart an, was sich sonst noch so ein bisschen getan hat. Also 24.300 US-Dollar auf Weekly müssen wir halten, haben wir hier irgendwelche Parameter, die uns, sage ich mal, auch das Gleiche erübrigen. Da haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen, okay, hier die 24.050 mit diesem Week könnten wir uns noch mal füllen, zumindest jetzt im Laufe des Tages. Und dann ziehen wir uns gleich mal hier noch ein FIP-Level, weil es sieht zumindest ein bisschen danach aus. Würde ungefähr passen, 23.980, also diese 50 Dollar Wurst drauf, sage ich jetzt einfach mal. Wäre möglicher neuer Long-Einstieg hier um die 24.000 US-Dollar, für mich persönlich zumindest, den würde ich mich sogar trauen. Und dann, auch wenn der andere noch läuft, aber das wäre nochmal ein guter Entry, beispielsweise momentan zumindest nach jetzigem Stand, würde auch bedeuten, okay, Breakout aus dem Symmetrical Triangle erst einmal nach unten, auch wenn es kein Top-Symmetrical Triangle ist. Aber wir gehen dahin, wo die Liquidität ist. Wir würden kein tieferes Tief bilden auf den kleineren Zeitanheiten, was auch schon mal bullisch wäre, sondern wieder ein höheres Tief und dann, sage ich mal, mit neun Push, zumindest hoch bei 25.2, wenn nicht sogar hier, wie gesagt, die 26.000 bis 26.600 US-Dollar. Das ist weiterhin so das kurzfristige, übergeordnete Ziel. Und wie gesagt, Top für mich momentan liegt bei ungefähr 28.000 bis 32.000 US-Dollar, also diese grüne Box hier oben. Und sollten wir da wirklich nachhaltig drüberkommen, über diese 32.800, ich weiß, ist noch ein bisschen in weiter Ferne, dann bin ich extrem bullisch und dann 45k und was weiß ich, was da noch auf uns zukommen könnte. Gut, das war es jetzt erstmal kurzfristig. Schauen wir noch rüber zu Ethereum. Hier würde ich jetzt nicht unbedingt auf den Weekly Close eingehen. Hier schauen wir uns einfach mal ganz kurz an, was der Chart so ein bisschen macht. Auch hier ein bisschen Konsolidierungsphase, nichts wirklich weltbewegendes, was wir hier momentan sehen. Auch Bildung eines Symmetrical Triangles hier ein bisschen mit kurzem Fake-Out. Aber es ist auch nicht so das Top-Triangle. Klar, es passt momentan nach jetzigen Stand noch, wir können es gerne so drinnen lassen. Aber auch hier, wenn Bitcoin nach unten ein bisschen folgt, folgt auch Ethereum hier. Wir blicken auch hier mal ganz kurz auf das Golden Pocket, ziehen uns von unserem Low zu unserem High. Wäre interessant, der Bereich um 1.665 würde auch hier noch bedeuten, dass wir kein tieferes Tief bilden, sondern eher wieder ein höheres Tief, zumindest auf diesen kleineren Zeitanheiten. Und dann versuchen nochmal den Bounce zumindest. Mindestziel 1.745 US-Dollar. Besser wäre sogar die 1.760. Da oben haben wir ja schon öfters über eine Short-Möglichkeit gesprochen. Würde ich aber dann, wie gesagt, von der Stundenbasis absehbar machen. Heißt, ist die Stunde top, dass wir extrem Volatilität haben, sehr, sehr viel Handelsvolumen, würde ich hier oben nicht short gehen. Dann bleibt mein Ziel, mein übergeordnetes Ziel bei 1.809 US-Dollar. Und hier oben haben wir schon unser kleines Short-Setup reingepostet, beziehungsweise wäre es schon ein bisschen länger mal verfolgt, Ethereum. Haben wir schon mal öfters darüber gesprochen, dass das eigentlich so das Wunschszenario ist, die 1.810, 1.809 und dann hier oben den Short-Trade setzen, weil wir hier oben auch noch ein bisschen eine Ineffizienz liegen haben. Gut, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen das zu Ethereum ein bisschen verknappt. Bitcoin ist einfach deutlich, deutlich wichtiger. Es wird echt spannend heute Abend noch oder im Laufe des Tages. Mal schauen, wie viel Volatilität da einfach noch reinkommt. Gut, dann war es das von meiner Seite. Wir blicken noch ganz kurz auf die News. So, EZB mahnt Banken zur Vorsicht, Kapitalreserven zu halten. Kann ich nicht ernst nehmen. Wenn euch der Artikel interessiert, schaut gerne vorbei bei CryptoGuru oder wie gesagt in der Telegram-Gruppe. Da werden die News immer aktuell gehalten. Aber sorry, ich kann EZB einfach nicht ernst nehmen. Und ich glaube, euch da draußen geht es genauso. Gut, dann war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, heute eventuell noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Wenn ihr eine Börse sucht, gerne zu BingX mit meinem Link unten in der Videobeschreibung. Und ja, Talk, Signalgruppe reinjoinen, Like da lassen, Abo da lassen, Zweitkanal abonnieren. Mehr habt ihr heute nicht zu tun, Freunde. Wünsche euch einen schönen Sonntag. Und wenn es irgendwas Neues gibt, hört ihr von mir in der Telegram-Gruppe. Gut, ansonsten wüsste ich sonst nicht. Ja, Polkadot hat noch ein bisschen gepumpt. Ein bisschen viel. Aber auch hier, Ineffizienz gefüllt, warten wir mal ab, ob sich das hier wirklich halten lassen kann. Vier Stunden Bearish Divergence wird interessant. Gut, dann war es das jetzt aber wirklich von meiner Seite. Wollte ich nur noch mal meinen Mist dazugeben. Bis später, Freunde. Oder bis spätestens morgen früh. Ciao, ciao. Und wie immer, stay good.